Eine Krähenfüßenbehandlung kann schon mal sehr attraktiv wirken, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Es ist sehr einfach und auch die Kosten sind hier, denke ich, sehr gut im Rahmen. Und man hat ein sehr schönes und schnelles Ergebnis, ohne da deutliche Krähenfüße zu haben. Und die Patientin sieht das gerade im Spiegel und freut sich selbst darüber.